ja auf jeden fall ist gerade wieder was komisches passiert leute schon wieder ist das signal auf grün zwei lichter grün unten und grün oben heißt grün grün für 60 also 60 da verfahren oder muss erfahren hier ab hier die vorwarnung wird da wahrscheinlich beim bahnübergang gewesen sein oder ist halt beim bahnübergang die vorwarnung wahrscheinlich damit er weiß aha bremsen bremsen muss ich von 70 runter auf die 60 ist ja nicht so schwer und ich denke mal ich glaube grün oben und grün unten müsste 60 sein weil ich habe irgendwo gehört ist 60 bedeutet na ja wir sehen uns wieder bis gleich wenn er kommt